Lustige Witze in 3, 2, 1, los! Es ist doch absurd, dass Sonnenstrahlen 149,6 Millionen Kilometer reisen, nur um meine Schokoladentafel zum Schmelzen zu bringen. Hast du kein BH an? Warum fragst du? Weil dein Gesicht so glatt ist. Ein Neger und ein Jude springen vom Hochhaut. Wer kommt zuerst unten an? Keiner von beiden. Der Neger wird vom Strick aufgehalten und der Jude verweht im Wind. Habe der Polizei geholfen, einen 15-fachen Serienvergewaltiger zu stellen. Er hätte beinahe meinen Rekord gebrochen. Ich habe ein Medikament für frustrierte Lesben entwickelt. Es heißt Tricox again. Mir egal, ob ich richtig oder falsch liege. Hauptsache, ich liege. Sag mir, wer deine Freunde sind und ich sag dir, wer du bist. Wer deine Freunde sind. Wer du bist. Welche Biene ist die lauteste Biene? Die Turbine. Facebook. Hey, dein Freund hat das kommentiert. Ich. Was hat er denn geschrieben? Facebook. Hier hast du 5000 Kommentare. Such doch selbst. Warum werden Juden beschnitten? Weil jüdische Frauen nichts anfassen, was nicht mindestens 10% reduziert ist. Ein heißer Tag. Sie zieht sich aus. Sie legt sich hin. Er holt ihn raus. Spritzt sie ins Gesicht und auf den Bauch. Ach herrlich, so ein Gartenschlauch. Ich singe immer live is life statt live is life und keiner merkt's. Mein Plan war es, mit einer süßen Mieze aufzuwachen und nicht mit einem fetten Kater. Deine Mutter ist wie eine Sonnenblume. Beide haben Samen im Gesicht. Deine Mutter arbeitet bei Palmal als Schockbild. Deine Mutter ist so fett, sie passt nicht mal in den großen Wagen. Die Blutgruppe deiner Mutter ist Mayonnaise. Deine Mutter ist so blöd und schlecht in Englisch, dass sie den Text für den nächsten Bibysong schreiben soll. Deine Mutter sieht aus wie Technik, nur mit mehr Bart. Der Preis für das iPhone X liegt bei ca. 1200 Euro oder eben 120 Kästen Bier a 20 Flaschen. Das wären 5 Bier am Tag, 480 Tage lang. Meine Entscheidung ist gefallen. Dieser Moment, wenn du dich fragst, wer sich die Zeit nimmt, alle meine Videos durchzugehen, um einen Daumen runterzugeben. Dieser Moment, wenn man so satt ist, dass man nicht einmal sein Bier austrinken kann. Vergesst nicht, diesem Video einen Daumen hochzugeben und meinen scheiß Kanal zu abonnieren. Im Android App Store findet ihr jetzt übrigens die App Masterjam Witze. Mit einem Download, einer positiven Bewertung und einem Kommentar würdet ihr mich grandios unterstützen. Bis nächste Woche.